Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich die Works Landroid Installation durchführen und somit dann zum Beispiel auch den Rasenmäherroboter M500 Plus richtig in Betrieb nehmen kann. Wenn du Bock da fährst, dann bleib auf jeden Fall dran. In einem extra Video habe ich den Begrenzungsrad schon mal ausführlich mit einigen Tipps und Tricks richtig verlegt, deswegen natürlich auch die Leuchte bei meiner Ladestation durchgehend grün leuchtet. Und jetzt geht es mal noch darum, dass wir auf jeden Fall den Mähroboter und auch die entsprechende App noch richtig einrichten. Dafür müssen wir zuerst mal unseren mitgelieferten Akku richtig einsetzen. Hierfür die Klappe bei dem Mähroboter öffnen und da können wir auch schon das Fach hier unten drunter erkennen, weswegen ich den Akku einfach mal hineingebe, bis er auch klipst und danach können wir unsere Klappe nämlich auch schon wieder ganz einfach schließen. Der eingesetzte Akku ist natürlich noch nicht aufgeladen, weswegen wir mal den Mähroboter auf die Ladestation geben und darauf achten, dass hier hinten die Kontakte vom Mähroboter auch eine Verbindung zu den Kontakten von der Ladestation haben. Deswegen am besten einfach mal leichtseitig ansetzen, so wie der Mähroboter auch in die Station fahren würde und dann haben wir auch schon den Kontakt hergestellt und die Leuchte sollte jetzt leicht grün blinken. Wenn der Akku nach einiger Zeit voll ist, was man übrigens daran erkennt, wenn die Leuchte hier durchgehend grün leuchtet oder natürlich auch am Display das Ganze dementsprechend steht, dann können wir unseren Mähroboter auch schon mal ganz einfach in die Mähfläche hineinstellen. Dort drücken wir unsere Taste ein, aus, mal so lange, bis die Anzeige auch erscheint und beim ersten Mal müssen wir unseren Pin 0, 0, 0, 0 eingeben und der passt auch schon. Damit der Roboter mit dem Mählen startet, müssen wir mal auf die Taste Start drücken und danach noch mit unserem Rädchen bestätigen. Möchten wir ihn anhalten, drücke ich mal auf den roten Stopp-Knopf und wenn er wieder zu unserer Ladestation zurückfahren soll, dann drücke ich mal hier unten auf diese Haus-Taste und bestätige das Ganze wieder mit meinem Rädchen. Die Schnitthöhe können wir ganz einfach auf der rechten Seite durch Drehen verändern und wir können auch alle anderen wichtigen Einstellungen direkt bei unserem Mähroboter vornehmen, indem wir das Rädchen einfach drehen und dementsprechend immer im Menü weiter drücken. Ich zeige jetzt aber trotzdem mal die Einrichtung von der App, da ich finde, dass man hier die ganzen Einstellungen noch einmal leichter einstellen kann. Hierfür im Play Store mal die Landroid-App Deutsch suchen und dann können wir das Ganze auch schon installieren. Danach öffne ich die App und wir müssen uns jetzt erst einmal mit unseren entsprechenden Daten registrieren. Meine Daten sollten passen und danach kann ich auch schon mal hier unten auf Registrieren klicken. Ich möchte keine weitere Werbung erhalten, weswegen ich mal hier unten auf den nächsten Button klicke und wir können auch schon hier auf Continue gehen. Damit wir eine Verbindung zwischen Mähroboter und App herstellen können, müssen wir auf jeden Fall der App mal noch den Kamerazugriff geben und hier das Ganze mit Zulassen bestätigen. Nun muss ich noch den QR-Code von meinem Rasenroboter scannen und hierfür muss ich einfach mal wieder das Fach von meinem Akku aufmachen. Und da haben wir auch schon den QR-Code und könnten im Notfall auch hier unten diese Nummer manuell eingeben. Mein WLAN sollte bei der Ladestation stark genug sein, weswegen ich die Verbindung mal per WLAN herstellen möchte und hier unten noch einmal auf OK das Ganze bestätige. Im nächsten Schritt erstmal das Kennwort von deinem WLAN eingeben und hier unten auf Weiter klicken. Und wir müssen laut der App mal unseren Drehknopf beim Mähroboter drehen, hier auf die Grundeinstellungen gehen, den Knopf so lange drehen, bis wir bei dem Reiter AppLink angekommen sind. Ich bestätige das Ganze und kann noch einmal auf OK klicken. Sobald der Mähroboter mir anzeigt, dass AppLink startet, kann ich auf meiner App hier unten auch schon mal auf Verbinden draufklicken und gehe auf Weiter. Der Roboter ist richtig verbunden und jetzt könnte ich auch noch einen beliebigen Namen eingeben. Das mache ich irgendwann später, weswegen ich hier unten auf OK draufklicke. In meinem Fall möchte ich zum Beispiel, dass mein Roboter jeden Tag zwischen 10 und 12 Uhr mehr, weswegen ich hier oben mal auf die drei Striche draufklicke, danach auf den Reiter mein Rasen gehe und dann kann ich nämlich auch schon hier unten auf Zeitplan an draufklicken. Im Moment sehen wir, dass hier auch schon ein paar Zeitpläne mal voreingestellt sind. Ich möchte die am Ende aber wieder abändern, weswegen ich mal hier auf Montag draufgehe. Im Moment ist Beginn 9 Uhr bis 12 Uhr 30, bedeutet Beginn, ändere ich jetzt mal ab auf genau 10 Uhr. Hier unten habe ich die Endzeit, das tue ich jetzt einfach mal auf 12 Uhr abändern. Ich könnte jetzt sogar auch noch einen speziellen Rasenkantenschnitt machen, dass er nur am Rand entlangfährt. Ich möchte das aber nicht haben und aktivieren. Da sollte natürlich auch noch der Button aktiviert sein, weswegen ich mal hier oben auf Fertig klicke. Und jetzt möchte ich aber, dass ich es auch noch jeden Tag wiederhole. Das aktiviere ich auch, gehe wieder auf Fertig und wir sehen einmal, dass mein Roboter jetzt jeden Tag zwischen 10 und 12 Uhr fahren würde, weswegen ich hier oben mal noch auf Speichern klicke und das ist auch schon eingestellt. Natürlich gibt es hier auch noch etlich andere Einstellungen, wie zum Beispiel Multizonen oder du kannst es auch mit einer Sprachsteuerung aktivieren. Doch dafür würde ich dir auf jeden Fall raten, spezielle Videos dazu anzuschauen. Und somit haben wir jetzt auch schon einmal unseren Works Landroid richtig installiert. Wenn du dir für zu Hause übrigens so ein Mähroboter oder auch Zubehör wie zum Beispiel Ersatzkling oder so eine kleine Garage zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.